Hallöchen meine Freunde und heute will ich mit euch mal über die Magie der Gruftkönige reden, deren Release ja gestern war. Und allgemein kann man über die Magie der Gruftkönige sagen, dass sie eher eine weniger auf direkten Schaden markierte Lehre ist, sondern mehr so Hex- und Buff-Sprüche hat. Also Sprüche, die eure Gegner schwächen oder euch stärken. Und im Tabletop ist es so, dass die Magie der Gruftkönige darauf ausgelegt ist, jede Einheit, die von einem Zauber belegt wird, zu heilen. Also Sprich, immer wenn ihr eine Einheit bufft, dann heilt ihr diese Einheit auch. Ich denke mal, dass es so ähnlich sein wird wie bei der Magie des Lebens, wo ja die ganze Armee gebufft wird, wenn ihr zaubert. Und ich denke mal, dass es da dann so sein wird, dass eine Einheit geheilt wird, wenn ihr sie mit einem Zauber belegt. Und ich habe ja schon gesagt, es gibt bei den Gruftkönigen keine Zauber, die jetzt nicht Einheiten beschwören können, so wie bei den Vampiren, die Zombies. Sondern es sind mehr die Buffs und es gibt aber auch noch einen Direkt-Schaden-Zauber. Das ist allerdings ein Vortex-Zauber, nämlich der Wirbelsturm der Schädel. Die schauen wir uns dann auch noch an. Der erste Zauber im Petto der Gruftkönige ist Xhars Aufrufung des Wüstenwindes. Mit dem beschwört euer Zauberer eine Wüstenböe sozusagen, die dann in den Rücken eurer Truppen weht und die damit beschleunigt. Wird wahrscheinlich einfach ein Zauber sein, der euch einen Geschwindigkeitsbonus gibt. Der macht auch sonst nicht viel, aber gerade für so eine Fraktion wie die Gruftkönige, die ja eine schnelle Fraktion sind, kann euch das natürlich nochmal richtig helfen. Gerade mit den Wägen jetzt müsst ihr vielleicht eventuell schnell an eurem Gegner dran sein. Oder ihr könnt den Zauber auch nutzen, um aus irgendwelchen prekären Situationen zu entkommen. Also ich denke mal für die Gruftkönige wird der ziemlich praktisch sein. Wie gesagt, macht allerdings auch nicht mehr als nur einen Geschwindigkeits-Buff. Der nächste Zauber ist Xhars Aufrufung der verfluchten Klingen. Also Xhav ist sozusagen der schakalgesichtige Kriegsgott der Gruftkönige. Und der beschwört praktisch so die Klingen eurer Kämpfer und macht die praktisch, oder verflucht die Klingen seiner Kämpfer und macht die praktisch stärker im Nahkampf. Im Tabletop ist es so, dass man dann die Fähigkeit Todesstoß bekommen hat. Vielleicht wird es jetzt bei Total War auch so sein, dass man Todesstoß bekommt. Glaube ich aber irgendwie eher nicht. Also ich denke eher mal, dass es dann so eine Art Nahkampf-Buff sein wird. Wahrscheinlich in Richtung eines Waffenstärke-Buffs, nehme ich mal an. Also ziemlich Standard. Und wie gesagt, heilt eure Truppen ja auch. Der nächste Zauber ist Pythras Aufrufung des Niederschmetterns. Pythra ist auch irgendeine Art Kriegsgott von den Gruftkönigen. Weiß ich jetzt gerade nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall lässt ihr die leeren Augenhöhlen eurer Krieger zu Licht erstrahlen. Und die werden dadurch stärker. Wird auch irgendeine Nahkampf-Buff sein. Im Tabletop war es so, dass ihr dadurch eine Attacke mehr bekommen habt. Ich denke mal, dass es bei Total War jetzt so sein wird, dass der Zauber in irgendeiner Form euren Nahkampfangriff steigern wird. Und wahrscheinlich noch irgendwas anderes zusätzlich machen wird. Was genau, kann ich allerdings nicht genau sagen, weil das sonst sehr Tabletop-spezifisch ist. Aber ich nehme mal an, dass es auch, wie gesagt, einfach irgendein Buff für die Nahkampfstärke sein. Nahkampfangriff meine ich besser gesagt. Der nächste Zauber bei den Gruftkönigen ist Osirians Aufrufung der Vergeltung. Osirian ist, glaube ich, der Gott der Unterwelt bei den Gruftkönigen. Und der Zauber lässt sozusagen in einem Bereich des Schlachtfelds Skeletthände aus dem Boden erscheinen, die die Feinde praktisch festhalten und die verlangsamen. Also ich denke mal, dass es dann so eine Art AOI-Verlangsamung sein wird. Vielleicht in Richtung Netz. Also mal sehen. Also es ist auf jeden Fall sehr interessant, so etwas zu haben. Eine AOI-Verlangsamung. Ich bin gerade am überlegen, ob es so einen Effekt noch bei anderen Lassen gibt. Mir fällt gerade gar nichts ein. Außer zum Beispiel des Melkoth-Mystifying-Miasma bei der Schattenmagie. Aber das ist ja nur auf eine Einheit. Also sehr interessant. Wird vielleicht so ähnlich sein wie ein Netz. Kommt darauf an, wie stark diese Verlangsamung dann wirklich ist. Bin ich auch mal auf die Effekte gespannt, wenn dann so Skeletthände aus dem Boden kommen und eure Gegner auch festhalten. Ziemlich witzig. Als nächstes sehen wir Uskevs Aufrufung des Verdorrens. Dabei handelt es sich um einen Debuff-Spruch. Also im Tabletop macht er den Effekt, dass ihr weniger Stärke und weniger Widerstand habt. Also das würde man dann vielleicht so etwas zu übersetzen, wie dass die Einheit weniger Nahkampfabwehr hat. Und weniger Nahkampfangriff und vielleicht auch noch ein bisschen weniger Fernkampfresistenz. Und ich denke mal, dass es auch so etwas sein wird, dass es praktisch einfach so ein allgemeiner Debuff auf Nahkampfabwehr und Nahkampfangriff sein wird. Und das ist ganz witzig. Bei dem Zauber entzieht ihr euren Gegnern alle Feuchtigkeit und jedes Wasser aus dem Körper. Und dadurch schwächt ihr sie halt. Das ist auch ein ganz witziger Fluff. Und als letztes kommen wir jetzt zum einzig richtigen direkten Schadenszauber der Gruftkönige, nämlich Sackmets Anrufung des Schädelsturms. Das hatte ich ja schon gesagt am Anfang des Videos, dass es dieser Wilbelsturm, der aus Totenschädeln besteht, ist ein Vortex-Zauber, also ein Mahlstrom-Zauber, der ja dann über das Schlachtfeld wandern wird. Wird wahrscheinlich ein stinknormaler Vortex-Tauber sein und wir wissen ja alle, wie wenig effektiv die sind. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie weit der wandert, aber normalerweise sind diese Dinge nicht so der Bringer. Ansonsten, ja, sehr interessante Lehre auf jeden Fall. Es könnte auch sein, dass wir diesen Wilbelsturm schon mal gesehen haben auf einem Screenshot, nämlich hier unten. Wenn ihr mal in die linke untere Ecke guckt, da sieht man so einen Effekt. Da hatte ich letztes Mal mal gesagt, dass es eventuell einer dieser Heileffekte sein könnte. Aber es könnte auch sein, dass das hier der Wilbelsturm ist mit den Schädeln. Das ist ja dieser Wilbelsturm-Effekt mit diesen blauen Totenköpfen. Könnte ich mir auch ein bisschen cooler vorstellen noch, so vom Effekt her. Aber gut, es wird dann wahrscheinlich dieser Vortex-Zauber sein. Sehr interessant auf jeden Fall. Und eine letzte Sache wollte ich euch noch zeigen zum Thema Magie, in Anführungsstrichen, der Gruftkönige. Ihr werdet in den Schlachten wahrscheinlich auch so einen Effekt haben, dass eure Truppen drei Phasen durchlaufen. Und bei jedem Schlüsselpunkt, jeder Phase werden eure ganzen Truppen auf einmal geheilt. Und beim letzten Punkt wird wahrscheinlich euch noch mal die Möglichkeit gegeben, eine Einheit Ushabdi zu beschwören, so wie ich das verstanden habe. Und das sieht man hier oben nochmal in diesem Screenshot. Gut, da seht ihr diesen Balken, der sich da auffüllt, was da der ausschlaggebende Faktor ist, dafür, dass der sich auffüllt, ist mir noch nicht bekannt. Also entweder es wird die einfach Zeit sein oder es werden Einheiten Tode bei euch sein oder was weiß ich, regenerierte Einheiten oder wie auch immer. Auf jeden Fall wird bei diesem ersten Schädel hier geheilt, beim zweiten wird geheilt, beim dritten wird auch geheilt und ihr könnt auch Ushabdi beschwören anscheinend. Also auf dieses Beschwören und so, da nagelt mich noch nicht fest, aber so habe ich es halt verstanden. Und genau, wir können ja nochmal genauer hinschauen, also da seht ihr diese drei Phasen nochmal genauer. Und hier hinten, da seht ihr dann, dass hier so ein Symbol mit den Ushabdi ist. Ich denke mal, dass es dann schon relativ gesichert ist. Naja, das war es auf jeden Fall mit den Zaubern der Kruftkönige. Auf jeden Fall eine sehr interessante Magie. Ich hoffe mal, euch hat es gefallen. Und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ansonsten sage ich bis dann, haut rein und ciao.